Ich glaub der Fabian hat auch losgelassen. Ja, ich hör unten noch im Wohnzimmer Türenklappern. Der Mann muss wieder anrufen. Hey du! Hey, jetzt geh runter du kleiner! Du kleiner Go! Du faules Drecksau! Du kleiner Go! Du kleiner? Kleiner Go! Ich ruf mal Fabian. Ja, alle heißlis... Mann. Ja, also ich ruf... Fabian. Ja, ich ruf mal... Ich hör unten die Türenklappern. Jemand muss den Mann anrufen. Das ist echt wie ein 90-jähriger Bettlärger. Fabi? Bist du nur intern dabei? Die nichts, die nichts, die nichts. Unten mit dir nicht. Ich weiß... Ich weiß... ... Oh, das ist total. Sight lösen! Ich habe nicht geaimt. Ich habe nicht geaimt. Schön Murgel, nice. Murgel, du hast jetzt auch was drauf, außer Tarnbelall. Der ist auch ne Rüstung. Flasch, nur mal ne Flasch. Ja, zu sitzt. Schau raus, der ist wegs. Der andere ist Donut. oh mein gott klatsch einfach in mitte durch was laufen wir was laufen wir darum geht man lang konnen jetzt der prozess in die shot kann lang ich war im full sprint du nimmst da so nen enkel schön haben wir noch bank ich wollte den zeusken alter hat er so nen kranken schuld kassiert jetzt aber schnell na Felix muss jetzt noch arbeiten der Stego macht B auf für uns er muss so arbeiten er muss so arbeiten er ist so im Kopf bitte noch arbeitung schnapp ihn dir schnapp ihn dir oh um perfekter Team Flash oh mein Gott tschööööö was ist das für ne Flash ich hab viel Leute gearbeitet aber warum dann arbeitet der Oliver das ist so witz digga es ist so schlecht das war echt so früh eigentlich die Deathrack war so früh der wird einfach ins nichts flägt der rennt links an mir vorbei und der checkt mich nur nochmal weg nein digga bist du doof bist du doof Oliver der ist links am rennen hey man eine ist hey viel 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 gleich im Wasser also bitte geh kein Wasser aus die Rotation ist zu lang raus 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 oh er kommt es sind beide da beide lang Zeit oh mein Gott Alter mein Gott wie hole ich den denn Fabi Zeit noch Zeit Ausdeck weg ich hab kurz 3 aufgeämt wie voll oh mein Gott 2 ramp einer und zu ne oder ja nice ich hab weg geschossen 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 wir bleibt genug ja Add Form in Blend Audio Combo down nah er ist low hot pulse alles 2 blattet 2 also mit und Komplett auf wir aimt die Leute und ich trau dich das an er reagiert nicht mal also ganz ehrlich letzte Woche letzte Woche oh mein ja wolltest du dir jetzt a-gen oder nope hast du das screen raising turn everyone off ich bin live da rauf ich bin aus dem Ausrad gekommen die haben mich Rampe abgesmoggt Rampe ist oben schon der ist halt ja ja seit schon ja ja mach mich zurück wir machen retake alle 3 seit einer CT CT letzter CT hinterseite nix schön ländisch geiles schrumpel auf alter Flippel war das dein Mod wie lang ist das war ich glaub die sind die sind auf die Clibrary drin die kann auch wieder back sein alles locktiviert back flow luvin 1 luvin 2 schön luvin luvin 3 luvin luvin mich mitm knife hallo schön luvin 4k da alter pushen die euch 20 lange schaffst du nicht lange schaffst du nicht lange schaffst du nicht wenn er sprintet schon ähm das ist krank er hat keine Helm oder reise halt open bank und eine stairs halt stairs halt stairs also mach ruhig jetzt wir sind beide low scheiß stairs jungs alter er trifft auch nix er lässt los er lässt los er lässt so ich hab nicht einen Schuss Fabi ich hab noch nie so schlimm sein gesehen ich hab sogar neu angst jetzt und trotzdem keinen einzigen Schuss drauf du hast zweimal neu angst jetzt Fabi nicht nur einmal zweimal aber wenn man halt richtig gesehen wie angst das er kam dann ernst ich hab nicht einmal gettet alter das war echt krank also die ganze runde war einfach nur pures chaos mit diesem drive bei den Mugl da macht also der war geisteskrank und dann der du musst nur trash halten im Korn mit der Glocke geisteskrank also Mugl du hast zum Glück gelernt und das nicht mehr anschauen müssen alter